Koppel in Kattus Lohm und Lohmann auch ganz gut auf und Baller darzustellen die mit sich in der Schuhe ich weiß ja nicht wen darf ich denn das herrte gekommen dass beide nach oben ich habe echt gute Chancen gegen ihn ja, deine Sachen geil, zwei Mittel, ballert nein, komm nach oben, schnell scheiß auf, spielen wir beide zusammen pass hier sind drei Mittel komm, das ist ja wohl kacke ich hab keinen Bock auf Andi Andi geht auch schon nach unten, also komm nach oben pisst euch jetzt drei top oder was komm selber keinen Bock auf und so aufstreng ja und jetzt bleiben wir drei oben ich hab wohl nen Witz hey, der nen Scheiße bräuchte, den geh ich auf schwein ich auch, runter mann lass das mal, das ist nicht lustig ich will gewinnen, das ist ein Rank du hast eh 20 Minuten oder so ja und weiß ja nicht, dass ich verlieren will wegen dir hab ich jetzt XP-Verlust, Junge ja, du hast deine Mastery nicht geskillt wieso? XP ist das Wichtigste ist das Wichtigste ah, Kartus ist oben, lol yeah, ich hab ich hab ich hab keinen Verlust wumm ich hab Solo wumm wumm hä, wir auch wo? 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 uns fehlt einer äh, deswegen geht es oben wumm ach, dann haben wir die Solo-Lane dann passt auch ja Kartus kommt nach unten bestimmt ich hab keinen Bock auf Kartus wo? die haben selber gezwitscht Schatz internet lag die sind da, da im Film, oder? I know Schatz, guckst du auf Film? die läge grad voll nein, ich hab gar nichts ja, wieso läge ich grad voll voll schlecht nirg der ISK-Club unten, da gibt's da ja ja, wir haben viel Range, man scheiß und nicht mal wirklich Carries, alter weiß gar nicht, wie TF abtickt der eine wenn er gut ist, reicht's ja, zock um schon TF nur wegen neuen Skin, ey classic-Skin ja scheiß nur wegen dem Anzeigebild, oder was? ja, natürlich, wir machen Profile ja, natürlich, wir machen Profile bei Vega und Trinder mehr, also die rauskamen die rauskamen doch immer so das jetzt läuft so cool, ey kein First Blood ey, Anni, kann jedes Mal boah, so krass du lassest die Ruhe, also ey ey man kann einfach nicht so fahren man kann einfach nicht so fahren ist ich Wain Free, oder was? ja 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 dann ja passt doch passt doch der Wobble müsste gleich kommen, also ich bin gleich Doppelbar ob er schon Wobble ist ja cool, der hat keinen Mana ja cool, der hat keinen Mana eigentlich ist Wain ja gar nicht so schlecht aber er hat schon keinen Mana eigentlich mag ich ja schon alle alle die nicht sterben für das erste ja was war das denn? was, was war das denn? Skill was sonst? ey, was macht ihr Anni? krass du, bleib dir am Tor stehen und lass dich ziehen wie ziehen? haben wir den Blitzcrank als Gegner? ach so ja, Single ja, nein Hab ich übersehen. Aber ich kann mal noch mal wieder sein. ja es gibt diese Ani nur noch weg, ey. Wie weg? Ja, auf, auf, Recall, der Big Star. Was ist das? Wie übertreibt der, hat der direkt Ignite draufgehauen? Swain übertreibt, aber ganz schön, ey. Hast du Aurelia oder was? Ja. Jetzt kann ich so wieder hochleadchen, du. Ja, jetzt hat die schon einen HP-Pod angemacht. Wieder, um, dann... Schon ein Verschwender, ne? Das hat irgendwie auch einen Mana-Stein. Nein. Der hat nicht Ulti... ey, Wowie, Alter. Ey, Wowie, kommt. Ey, du ein Noob, Alter. Ich geb der jetzt. Ey, wo läuft der hin? Ach, der läuft zum Tower. Ja, okay. Das... Wenigstens das. Ich wette, der wird gekillt. Ich wette, der wird gekillt. Ich wette, der wird gekillt. So. Small, das ändert sich immer. Immer. Egal, wie gut das Early-Game ist. Gegen Ende verlieren wir immer. Ich denke, das ist gar nicht so gut, ey. Wie ich mich schon längst ziehen könnte, würde ich sagen. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Garen, das ist cool. Swain muss nur einmal treffen. Ja, ich töte, ich töte, ich töte, ich töte, ich töte. Oh mein Gott, klappt der Hurensohn. Oh mein Gott, wenigstens der. Aber ein Doppelstun. Wow, mal da. Drehst du am Rad, oder? Ich dreh durch. Nee, keine Ahnung. Die sind voll dumm. Die beiden. Was machen die denn? Die laufen rein. Obwohl die ganz genau wissen, dass ich im Busch bin. Laufen die rein. Typisch Garen trägt der Heinen und den Buschwarten. Ja, ich warte nur, bis sie in die Nähe des Busches kommt. Ich komme raus, Silence tut. Oh mein Gott, wie schlecht. Ja, ich brauch hier gar nicht auf Leben zu gehen. Ich gehe einfach fuller auf P. Warte, schon mal. P sogar, soll ich ganken kommen? Was machen? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich guck mal, Warwick, Alter. Ey, Ulti. Oh, TF ist gestorben. Schlechter TF. Ey, ey, Blue ist doch da. Ah, fuck. Was ich denn machen? Ich muss mich dann wieder heim gehen. Oh, ich warte so lange bevor ich komme. Oh, er wird zu. Nein. Ich bin hier. Boah. Ich bin hier. Boah, er macht so schwer. Ist ein AP-Cop machen? Nein. Tech-Speed. Ey, wieso lässt er mich alleine, wenn er holen soll? Da sind viel zu viele. Ja, ey. Drei Mittel, was soll ich machen? Loll, ist der blöd? Ey, kann ich noch mitgehen, so. Der ist tot. Ulti ihn. Ah! Ja! Boah. Ich hab so eine Lippe heute gegen Überfund. Oh ja. Ich geh einkaufen. Obwohl... Ja doch. Nein. Ist das ein AP-Cop? Ey. Ich dachte schon. Wäre ja traurig. schmerzt das. Ich gehöre in Geburt. Die ist tot. Loll. So ein schlechter Cobmer. Ist er for free? Ja, ne? Nein, er hat es überlebt! Was macht die After? Oh, ich schaff nie mehr Dings, Wayne. Ich sterbe! Oh, Bill Dings! Er ist tot, Alter, sieht sich aus. Nein! Oh, der Wurm ist cool. Ja, Mann. Fuck you! Ich hab ihn wirklich nicht. Das musst du auch nicht schaffen. Ich überlebe einfach nur. Du bist auf zwei Level über ihr. Hast fast volles Mana. Du wirst hier wohl packen. Ich komm zu dir. Ich schwein und TF packen. Gib ihm! Nein! 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 Nein, ey! Schneid den Dick! Wieso geht an ihn nicht irgendwie? Blöd! Ey Mann, Alter! Ja! Wenigensens, guck mal verledigt. Guck mal für schlecht, wenn man zwei ist. Gut, mit Toma. Ich hab auch keine AP hier. Ja, hier ist Warwick mit Blue. Wo? Der... Da! Das ist... Ah, ja, ja. Ah, ich hab ja erst in 50 Sekunden Ulti gemacht. Er hat Ulti benutzt. Er hat Ulti benutzt. Wie hast du gewohlen sollen? F***ing Silent, ey! Ey, wieso? So, was machst du? Cool doch. Naja, ich hab ja nicht. ja jetzt muss ich hoch oder was? ey kannst du mitte gehen? wie? nein warte ich hab grad zu tun scheiße okay guck mal auf mitte ist fein die radia wird um farmen mit mir, bro ist kacke dass ich nicht auf tank gehe du gehst nicht auf tank? doch jetzt schon, ich hol mir jetzt die sunfire das ist immer cooler als gerne okay, Irelia haben wir AD, Kogmoop haben wir AD, Warwick... ja, sunfire geht klar hey! ich komm boah, ich pack den nicht los nur rieche die 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 ich aber ich einkuchen egal den Blue nehmen wir noch mit oh oh die Mitte oh oh Team Anni überlebt es nicht der ist so greedy ne was macht der nein was macht der hab ich Blue genommen egal das ist ne Mitte Mitte ich hab's ich hab nicht wenn wir guckt gib sie ihm er ist deine endlich ein Kill oh oh Aurelia Aurelia man ich versuch immer jedes mal um ja reif wenn du willst oder ah ne ist auch nur da aber ich muss eigentlich vor ich auch ich glaub ich könnte Hilfe gebrauchen ja komm da ey dieser aber Dings ne Strain soll damit aufhören ich hab keinen Bock zu kämpfen jetzt im halben Leben äh äh hä das ist ja blöd das ist nicht ich bin ich bin ich bin ich bin es viel ich bin es ist ich bin Fuck you! Ja, war ich erst mal. Good Action. Äh, jetzt hab ich Double Buff. No. Ich verworre eben den Dragon wieder. Ich vergesse immer wieder Yumus einzusetzen. No, zu töten oder zum Weckern? Beides. Überhaupt das einzusetzen. Ja, allgemein diese Dinge vergesst du immer. Ich hab, ich hab das sonst immer auf T gesetzt, ey. Das Item. Hast du eingestellt, oder? Ja, aber hier nicht. Also, ich hab das noch nicht, eben. Wohl könnte ich eben machen. Das praktische Lobby. Boah, ich krieg die gar nicht dauernd. Komma, weil... Den Kartus slowt, und um slowt, und dann auch Kartus ganz auf und ballert. Da sind's schlimm. Ist das... Ist das wirklich nicht? Okay, mit. Ich hab jetzt meine Chancen, Leute. Bums. Oh. Nice. Ja, du bist tot. Nee, ich hab echt gute Chancen gegen ihn. WUM! Alter! Geil, es war Mittelballer. Scheiße. Mann. Ey, das sind drei Mittel. Das ist... Das ist... Ich hoffe... Oh! Ich hab den... Ich hab den Löffelballer. Ich hab den Löffelballer. Selber keinen Bock auf... Den sowas sein. Nice. Bleiben wir drei oben. Er ist immer so mit randoms, wo er nichts gegen machen kann. Ich auch. Ich will den Kill! Ich war eh, ich fand die Muse oder so. Du hast deine Mastery nicht geskillt. XP. Das ist das Wichtigste. Ah, Kartus ist oben, Leute. Ich hab den Power einmal angehittet. Ich hab Solo. Ja, nein. Ich geh einkaufen. Obwohl, nein, ich geh mit. Das sieht vielversprechend aus, was Singed da macht. Scheiße. Äh, Singed ist oben. Ja. Jetzt! Ach, scheiße. Spreidui. Guck mal, mit so einem Kackteam haben wir sogar noch gewonnen. Tf macht gar nichts. Das hat der gemacht, dass du wenig Leben hast. Weiß ich nicht. Minions. Ja, da geht es jetzt ruhig, Alter. Weg, 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 weg. Weil die leben gar nicht alle in einem Pushen, aber als Wolf leben, leider. in dennoch. Puschen um, aber. Schatz. Was schreib... Was schreibet ihr denn? Hey, hilf mir mal. Was schreibet ihr denn? Was schreibet ihr denn? Ich glaub nicht. Was schreibet ihr denn? Mach nichts mehr heute. Ich glaub nicht mehr. Was schreibet ihr denn? Wie, was hast du denn? Wollen soll ich denn mal was dazu sagen? Mach's dir selber. Ich hab auch was geschehen dafür. Wollt ihr einfach nichts? Goldkarte sie! Goldkarte sie! Oh mein Gott! Mein Kill! Mein Kill! Meins! Du Mist gewusst! Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Ist das ab BTF? Nein, er hat mit einer Goldkarte gespielt. Oder mit einer roten. Hä? Hä? Wieso machst du das? Warum machst du viel Schaden? Sie hat ja auch nicht mehr viel. Hä? Bluekarte wurde gebast, ne? Was? Bluekarte! Damage und so. Was blockt eigentlich Anis Schild? Ach so, ja ok. Blockt gar nicht. Resistenz. Ich wurde ja schonmal von Tank Anis platt gemacht. Auch bei 3er Map. Ja? Auf einer 3er Map hatte ich mich platt gemacht. Ja, hast du gespielt? Mit, mit Anduk und mit, mit Dingen. Mit, mit Anduk und mit, mit Dingen. Genau. 400 Schaden ist schon viel, alter. Ich rette mich lieber selber. TF ist einfach blöd, ey. Ja. Kann man nicht Skim machen. Ich fang einfach mit dir erstmal. Ich fang mich nie zusammen an. Ey. Scheiße. Hallo? Was? Äh, hast du gar Probleme gehabt? Nein. Du warst wohl bei mir. Es stand grad bei mir über Skype und was mit Internetprobleme läuft. Nö, ich nicht. Nö. Nö. Vielleicht lädt man ne Mal. Nö. 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 Ich guck heute jetzt mal, bitte. Märchen. Anni? Oh, oh. Ja. Kannste ja machen. Kommt jetzt vorges... vor's Gericht. Ich hab noch keine IP bekommen, alter. Obwohl ich das nächste Woche gemacht hab. Ich hab 50, ey. 50 IP hab ich bekommen. Voll der Scheiß. Ich hab ne E-Mail bekommen. Da stand, ich hab 50 IP bekommen. Kann ich, kann ich jetzt auch nicht nachgucken, weil... 50 IP, weil ich wissen, ob ich 50 mehr hab oder weniger. Du bist ein Tanz von 15 Minuten ungefähr. Oder noch weniger. Ja. Ja, 20 Minuten. Du musst deine E-Mails durchgucken. Du bekommst die, glaub ich, einmal pro Woche. Am Donnerstag, glaub ich. Oder Mittwoch. Du bekommst hier die komplette IP von der ganzen Welt. Naja, geht's mir irgendwie. IP ist IP. Wenn du nebenbei das machst, geht das dann gut. Das ist nur eine Mitte, alter. Wenig Leben, der Tor. Auf Annikus warten. Schade. Ich komm von der Seite, alter. Ich komm von der Seite, alter. Ich bin eine Martre für mich. Boah, ich hab mich voll getrocknet Wichser, alter. Boah, ich hab mich voll getrocknet Wichser, alter. Boah, schon wieder, alter. Ups. Guck mal wie lecker Kartos aussieht. Halbes Leben. Und überhaupt gar kein Leben, gar keine Resistenz, gar nichts. Guck mal wie lecker. ich hab's überlebt ich hab's überlebt double beide tod mein schild hat mir den arsch gerettet aber ordentlich wieder hin soll bot gehen ach ich mag das nicht wenn tf's backdown egal in welchem team das ist irgendwie nötig denn immer dieses attack speed item da in meine swat dive oder so ein scheiß swat of divine ja perfekt von backdown überhaupt perfekt auf tf das ist voll das geile item ja ja Nice dragon. Woah! Hilf ihm doch! Hä? Ich bin unterwegs! Hilf ihm doch! Wie können die das überlegen, wie können das... Oh mein, mega slow, alter! Fuck drauf! Fuck drauf! Lass Bad Tower machen! Lass Bad Tower machen! Hey, dann mach ich's eben selber! Der Turm kann mich mal! Noi, eben so runtergehauen, der hat nur einhetzt! Das ist ein Wichster, alter! Boom! Ohhhh! Bitches, Alter! Haben die schon den Drang gemacht? Nein! Oh oh! Hey, die kommen erst hier! Lass Drang machen, oder? Lass deren Blue erstmal machen! Ja, komm! Diesmal nehm ich den! Hä, ich hab grad... Beim letzten Mal hab ich in der Mitte geguckt! Und hab den aus Versehen getötet! Ist ja nicht so, dass ich dir den wegnehmen will! Ist ja nicht so, dass ich Mana-Rack brauche! Und das bisschen Cooldown ist mir auch scheißegal! Ey, kommt mal fürs da! Bummsen wir die! Komm! Bummsen wir die! Komm! Bummsen wir die! Ich hab schon jetzt... Ne, guck mal! Haut sich vorunter! Ich weiß! Kann man nicht viel machen! Ey, was machen die da? Boah, Ani! Überlebt! Ist nicht! Und du holst auch noch den Kill! Nice! Ah, sie sind zu grüßen! Und Dragon ist immer noch nicht weg, oder? Doch, ist weg! Von uns? Der Gegner ist weg! Ich weiß nicht, ob sie zu zweit sind, oder? Keine Ahnung! Es ging mir grad alles ein bisschen zu schnell, deswegen... Ich hab keine Ahnung! Ey, was geht da ab? Swain! Immer allein der Swain, Alter! Geh zurück, mach den Blue! Unseren! Scheißfrau! Wir haben noch alle Türme! Wir dürfen diesen Sieg hier nicht... Hier... Ey, diese Hundertfunk-Sieger vom Tower könnte den arfen Gegner retten! Können sich zwei Wards perfekt kaufen, oder? Sieht so schlimm aus! Boah, ich schaff den nicht! Wie soll's denn schonmal wieder rauskommen? Nein, ich schaff den nicht! Wie soll's denn mit einem... ... sprich das Minion fahren? Ja! Wie soll's denn sein? Wie soll's denn sein? Wie soll's denn der? Ich kann's der zu Recht aus! Ja! Ich hab mal... Ich hab meinen... ... Minion fahren! ... ... Feeler, ja, fertig! Komm! Ich hab' einen Geuger! Ey! Wo sind die? Die sind Baron, oder? Naja, die waren doch alle erst da... da und dann sind wir weg. Sicher? Kein klar. Ich brauch keinen Bock, dass sie jetzt gleich mit... Boah, Tower, ne, brauch nur auch ein Out-Hit, ein Out-Hit. Das werde ich nämlich auch verhindern. Oh, hey, hätt euch. Kein Problem, Alter. Was, kein Problem. Voll gebomst. Auf, guck mal auf. Ich glaub, die sind auch noch hier rum. Ja, die sind bei uns im Wald. Wollen wir auf? Ja. Okay, okay, auf die Squishies. Auf die Squishies. Ich geh auf, guck mal. Anni überlebt das. Nice. Hier, Ophoric. Da, 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 da. Ich krieg den nicht. Warum muss man schnell? Ja, TF bekommt ihn. Weil wir den, wir den verhauen, ne? Hol dir, oh mein Gott. Du hättest den Clown können. Ja, ich wollte One-Aside entziehen, ich bin jetzt nicht zu spielen. Ja, GG, Alter. Nur einer gestorben. Let's moan. Ich bin als erster reingelaufen. Aber egal, ich hab Kartus gekillt. Ja, was machen wir? Ach, zwei Meister ab. Wir kommen gestorben, Mann. Ich bin gegen Ende nur noch gestorben. Das ist immer so, weil Gary und Globus ist. Ich weiß nicht. Wenn man hier aufs Tank geht, wäre es nicht. Ja. Aber ich hab diesmal beide Items aktiviert und... Kill ihn! Es was tot! Wenn jemand mir helfen würde, ey. Oh, ich hab ihn ge... Perfekt. Ah, Swain. Kein Schaden, Alter. Was, was baut Swain denn auf Überleben aus? Scheiß drauf. Scheiß auf ihn. Es gibt Wichtiges. Swain, solange er okay spielt, passt das. Egal, was er kauft. Mit Banshee sind wir passen, Alter. Worts sind abgelaufen. Kannst du nicht welche kaufen mit deinen 200 Minions? Ich hab voll Items. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich wieder kaufen. Jetzt muss ich wieder kaufen. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Jetzt muss ich wieder kaufen. Jetzt muss ich wieder kaufen. Ich hab schon vier Wochen... Wir kommen auch wirklich gefährlich, man. Mal richtig. Ja. Viel Küste. Ich guck jetzt. Er war bei 1,5. Das ist hochgearbeitet. Wir haben dafür ein Inhibitor jetzt. Nein, 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 nein. 5 Worts, ihr Fuckers. Ey. Leg immer 2 auf einmal her. Die, die gehen hin. Die gehen hin. Die, die, äh, Bar... Ne, doch nicht. Doch. Die riechen das. Da, da war einer. Von denen. Das Barren machen, aber fertig ist. Und die kommt hin. Komm, wir haben einen Madrid, Alter. War das doch vorher. Der hat kaum damage. Der hat nur 100 damage. Der geht auch überleben? Ach, der 200. Das wird auch nicht gut sein. Da, 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 da... Der ist ja auch nicht gut. Der hat nur ein bisschen was... Da, 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 da. der wichser alter wenn die mal einen baron bekommen jetzt haben die ihn mal Lichbane alter letztes item und ich komme ab in erweitigen jetzt so weit vorne läuft erwischt ich mit meinem silence immer singen geht nicht klar der rolle kann ich solo machen karte man wie lange wir tot sind die haben alle magic resist ist also wo ich und singen geht und er noch von ihm das war so da und die Leer ja bis das bisschen Quicksilver scheiße ja ich bin ich bin wir werden so gut und ich hab die diesmal die neun schon guck mal vorschalten erlaubt und zurück noch kommt noch da Oh nein, das sind die Spargel Das ist einfach hier im Busch voratmend, oder? Hä, was macht der da? Übel Ey, nicht weg, das schaffen wir nicht, Alter Fuck you Oh oh, ich bin tot Hä? Ey, Mann, Alter Beim nächsten Mal lassen wir den einfach sterben Guck mal, die machen jetzt Baron Ja, die gewinnen Nein Oh, doch Nice Oh, wir killt aber Guck mal, der ist da, Alter Mann, ich hatte den Ach, ey Geist Scheiße, Mann Geist 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 Und Aut Geist Geist поех буд Ne uhan Keirus Das machen wir alle Ich klaue nicht mehr So ein Bixer einfach Kartus ist da Er ist im Tode geweiht Doch Doch vertreib killt sie mit quicksilber nice inhibitor, beide mach den noch zu Ende er kann euch ja wohl nix antun oberen, oberen, schnell, schnell und dann schafft ihr den unteren? den Tauber? wow, der ist ja tot nice nice oh, der ist fast tot auf Oric den packt ihr ja wohl jetzt, geht drauf nice ah, der der denn der der denn lasse without delay at your service Ich weiß nicht, wir hätten das machen sollen, als alle tot waren, nicht jetzt. Wir haben deren Base zerstört, das müsste so ziemlich das Ende sein. Wir hatten einen kleinen Rückschlag, aber das ist okay. Ich bin schade, das ist ja viel rum. Holten soll er sein. Soll er doch. Was will denn mit dem Blumen? Ist das ein AP-TL? Nö. Halb Tank, halb AD, okay. Dann brauchst du auch dir keine Gedanken machen. Boah, wenn sie sich alle Magic besitzen, ist die Grundsinnert. Lass mal unten pushen, oder? Nö. Pusht einfach, ich guck hier. Ich guck, ob jemand kommt. Pusht einfach. Auf Kato! Wenn jemand kommt, ist er so zu sehen. Wut? Fuck you?! Nein was macht der da? Ist der blöd? Du auch noch? Lauf! Oh my god! Bumms ihn, bumms ihn! Nice. Wenigstens etwas alter. Ich habe keinen Plan, was er aufträgt. Er rennt immer rein. Bis jetzt habe ich keinen Kills mehr gemacht, weil er immer gestorben ist. Immer gestorben. Geil. Hä? Er ist greedy, man. Der Kills immer. Der haut rein. Das ist Late Game, ja. Mach doch zwei Hits auf den Tower, Idiot! So ein Vollidiot, ne? Anstatt diese zwei Hits da auf diesen Tower zu machen. Mann, 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 Mann. Er räumt den ganzen Minions weg, der Penner. Butt Tower geht down. Jumus Ghostblade sieht so cool aus, ne? Was cool? Wenn man es aktiviert, kommen ja solche Dolchchen. Ja, solche Klinken aus dem Körper. Solche Karmas, wie bei Arkali da. Diese Sicheln. Sieht voll cool aus. Schiss das... Der hat das Klaue. Ey, wir spawnen alles. Irelia ist so hammer, Alter. Ich hab keine Chance für mich. Mann, Alter, wir gammeln auch. Wir haben fast immer gewonnen, aber... Wir können nicht weiter pushen. Ja, die Minions pushen für uns. Die Magic ist jetzt... ...kommt in meine Magie nicht so lange. Kill ihn! Ey, Swain, ne? Nächstes Mal ärgern mit denen, Alter. Fuck. Es ist grittig. Es ist grittig. Es ist grittig. Heavy dro... Oh. Can we hear? Jetzt? Komm zurück! Komm zu mir zurück! Okay. Ich hab den nicht. Ich pack drauf. Unhibiturm. Auf Irelia! Okay. Egal. Komm. Komm. Egal. Hau ab aus der Bank! Oh, oh. Hau ab aus der Bank! Hau ab aus der Bank! Ah, die kommt hier nicht mehr hin. Das war der Baron! Komm! Packen wir das? Ja, komm! Swain! Tank mir aus! Das ist mir scheißegal. Ich schaff den nicht, Alter. Nee, deswegen wartest du eben. Ein paar Sekunden. Ich krieg dir einfach den Dienst nicht. Dann wäre er nicht. Halt ihn nicht. Für das Gold haben. Tränke kaufen. Ja, cool. Ja, ich hab schon volles Alfenbeam. Ich nicht. Ich will mein Guardian haben. Mit... Mit... Baron hab ich Guardian zusammen. Okay, dann geh mal ab hierher dran. Komm, wir holen die den... Blue noch. Ich hab die beide den Blue. Ich hab mein Guardian. Dann müssen wir gewonnen. Alle sind glücklich. So eine Minute kriegen... Oh, ich krieg noch viel ab hier ohne Gewinner. Immer eigentlich Zeit, Alter. Was kauf ich mir denn? Ich weiß nicht, ob Benji's cool ist. Ich glaub schon. Ähm... Ja, doch. Sonst kauf dir... Deine Elixiere hast du voll, ne? Ja. Ja. Ich will erst mal gucken. Wenn ich 4.000 habe, dann verkauf ich die Lidschwein. Kauf mir die Uhr. Was kaufst du? Diese Uhr da. Diese... Sunglass... Ja. Die Sonja. Die Sonja Uhr. Das alte Sonja war viel besser. Fand ich... Fand ich überhaupt nicht. Weißt du, das... Item sind zwei Sluts. Das... Obwohl die ja gar nicht so schlecht sind. Die bringen ja schon ordentlich. Ja, man kriegt mehr AP als Free, aber... So die Slots, weißt du? Ja. Gehen weg. Dem alten hatte man beide Effekte. Auf einem Slot. Aber weniger AP. Das ist auch logisch. Ja. Gib sie ihm! Das gibt... Hab schon ein ganzes Game, leider. Ich mach die da oben. Ja. 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 Ja, das ist ein sauerer Name war. Das ist ein sauerer Name. Oh! Action! Okay, ne, ich mein... Oh fuck! Ich hab Guardian noch! Ja, er hat mich nicht totbekommen! Scheiße! Er hat mich nicht totbekommen! Oh fuck! Mach das Fleischstück! Guck mal wie! Oh krass, ey! Ich mach auch noch weiter! Guck mal, Alter! Booh, ich bin schon! Booh! Lichbane! Ich bin die Macht von Lichbane, motherfuckers! GG! Wir haben alle über 10 Kissen auf der Zunge, ey! Tja, das ist vollidiot! Ja! Das war's also mit dem Rank Game! Ja, das ist doch so geil! 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 Ja, das ist doch so geil!